Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Also, ich habe meine Parts jetzt gerade mal angeguckt wegen dem Sound. Es tut mir leid, dass ich da jetzt erst in Part 4 drauf gekommen bin, mal rein zu gucken. Wie Teil 2 und ich jetzt mir denken können, war es viel zu leise. Ich habe es jetzt mal einen ganzen Dicken lauter gemacht. Jetzt gerade konnte ich es einfach nicht testen, weil wir ja mitten im Wegrennen sind. Aber sollte es nicht passen, wird natürlich nochmal nachjustiert. Und das versuche ich immer, auch wenn es gerade bei Playstation 3 Spielen manchmal super schwer ist, da den richtigen Pegel zu finden. Ich muss das halt für Folklore recht leise stellen und dann vergisst man es manchmal auch einfach umzustellen. So, schicken. Schluck getrunken. Und auf geht's mit der Flucht. Okay, Tess, okay. Die sind jetzt ganz schön pisst, ne? Auf mein Signal laufen wir. Okay. Signal laufen. Okay. Lauf. Hier runter doch, oder? Ja, von dem Licht weg. Hm. Sie sagt, bleib von dem Licht weg. Ich bin aber nicht bereit. Ey, komm, ich will da rein. Oh, ich kann keine Taschenlampe anmachen. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Ich kann da unten nicht sehen. Sind die wirklich hier langgekommen? Das ist unser Auftrag. Also weiter suchen. Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Darf ich da rein? Entdeckt. Erkennen. Aber bringt mir das. Aua. Scheiße, wo muss ich hin? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Entschuldigung. Aber Schaden richtig genommen habe ich nicht. Okay, der Orientierungsspiegel macht sich wieder unnötig schwer. Na, ist okay. Die haben einfach nur auf Schatten ge... Komm ich da hoch? Äh, Tess? Na, von mir aus. Ich kann welche hören. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Das ist ganz bestimmt die Rache dieser scheiß Feierfleisch. Maybe. Gehen die nicht weg? Das könnten sie in der Tat tun. Will ich gar nicht ausschließen. Sehr elegant, Joel. Sehr elegant dafür, dass du schon so ein alter Mann bist. Hier können wir durch. Ja, können wir. Aber erstmal gucken wir hier nach Ressourcen. Klebeband. Mal sehen, welche Ressource in diesem Spiel extrem knapp bemessen ist. In, ähm, The Last of Us 2 war es irgendwie immer Klebeband. Komm, Ellie. Geht hier durch. Okay. Kann er auch. Nein. Nein, er kann nicht geduckt rennen. Nur Tess kann das. Weiß ich, Ellie. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Geht es auch. Oh, nichts. So viele, Tess. Oh, Mann. Wer denn? Wo denn? Da. Ah, warte mal. Oh, Mist. Hm. Ja, weiß ich. Ich versuche, sie abzulenken. Bin dabei. Ja, geh gucken. Er hat sich jetzt nicht so abgelenkt lassen, wie ich gehofft hatte, ehrlicherweise. Nee. Nee. Echt jetzt? Nee, echt jetzt. Okay. Aua. 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 Geschissen, ey. Ich wollte eigentlich einfach nur hier rauskommen. Ist okay. Das mit der Flasche hat überhaupt gar nicht funktioniert. Aber ist okay. Ellie. Ey, wo die mich überall sehen können, ne? Ich glaube, ich war auch einfach viel zu langsam. Ja, ich hab's gehört. Augen offen halten. Ja, oh Mist. Ich weiß nicht. Versuch sie abzulenken. Das geht smoother, Joel. Das geht so viel smoother. Hoffentlich finden wir genug Nahrung. Wo muss ich hin? Ach, Mensch. Bin ich etwa falsch, oder was? Eigentlich nicht. Wart mal. Mal sehen, wo es hinführt. Wo was hinführt, Joel? Wo was hinführt. Wie bin ich hier falsch, oder was? Ich kann hier gar nicht falsch sein. Leute, ich kann hier nicht falsch sein. Wo willst du hin, Joel? Wo? Ich weiß nicht wo. Tess? Ach. Blind bin ich auch noch. Hm. Ja, sieht gut aus. Schön, dass es gut aussieht. Wenigstens regnet es hier nicht. Als würden wir nicht gleich in den Regen kommen, wieder. Hier müssten wir durchpassen. Ah, bevorher. Keine Ressourcen. Wie mies. Ich bin mir relativ sicher, dass ein paar Sachen nachsynchronisiert worden sind. Das sieht hier alles so anders aus. Bin ich denn blöd? Jetzt darf ich da schon eine Lampe nehmen. Okay. Okay. Hm. Es ist immer noch alles ziemlich leer. Nee, Tess, hatte ich jetzt nicht vor. Ich wollte einfach so wieder gehen. So, weiter geht's. Tess, geh lang durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib nicht dran, Andy. Oh, warte, warte. Wer flut. Johnny, zurück, zurück. Zurück zum Wald. Weiter. Ja. Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Siehst, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ja, sie versteht. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Der einzige Grund, warum Joel das hier, glaub ich, nicht machen möchte, ist Sarah. Und weil er halt sehr viel Prinzipien hat. Das merkt man ja auch in der Zeit, wo er Ellie wirklich sehr ins Herz geschlossen hat. Joel ist der Mann der Prinzipien. Und was er sich vorgenommen hat, das zieht er halt auch so durch. Aber das mit dem Impfstoff ist doch einfach Blödsinn. Selbst wenn, das würde von hinten und vorne nicht funktionieren. Sie sind so groß. Das sind sie, ja. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich kriegen. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Warnung! Das Gebiet direkt außerhalb der Quarantäne-Zone von Boston wird innerhalb der nächsten 48 Stunden zum Ziel von flächendeckenden Bombardierungen, um jede Gefahr durch Infizierte auszulöschen. Alle Bewohner dieses Gebietes haben ab der Veröffentlichung dieser Nacht 48 Stunden Zeit die Stadtgrenze von Boston zu verlassen. Niemand darf die Quarantäne-Zone betreten. Neue Bewohner werden zurzeit nicht akzeptiert. Es wird keine weitere Warnung geben. Verlassen sie das Gebiet zu ihrer eigenen Sicherheit. Ja nun, ne? Das ist doch neu. Außerdem liegt so ein Zettel und nicht 20 Jahre hier rum. Wenn das neu ist, frage ich mich. Habe ich nicht gehört. Gar nichts. Jetzt hörst du das. Ach, vorerst. Vorerst, sagt sie. Vorerst. Messer finde ich immer gut. Messer möchte ich haben. Wir kommen bald wieder in den U-Bahn-Tunnel des Grauens. Sag, Ellie, ist es das, was du dir vorgestellt hast? Was machst du da, Tess? Mann, das wird schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Ja. So weiss. Und jetzt ist es nur noch Brachland. Ich finde es übrigens witzig, dass Joel und Tess ja in der Zeit davor schon gelebt haben. Und wie sarkastisch das Klang. So, ja, eine Zeit lang hat das funktioniert. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Hier war doch ein Anhänger, meine ich. Dann nimm mal hier. Okay. Es gibt ja auch neue Archiven, meinst du? Also, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch andere Sachen gibt. Hey, Tess. Komm her. Ja, ich wirklich tüchter. Wir haben noch nicht einen Pillenzusatz gefunden, was ich schon ein bisschen interessant finde. Oh, je. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja. Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Kleine, was sollte daran gut sein? Okay, kenne ich den Raum. Hätten wir nicht schon längst eine Werkbank finden müssen? Oder ist die beim Museum die erste? Sorry, Kleine. Noch eine. Ja. Datum 7. 2033? 2033? Wollt ihr mich verarschen? Ja, nee, doch. Stimmt. Ich war verwirrt. Einsatzseite Waters. Operationsgebiet 2438A. 18.08. Angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negativer Kontakt. 22.18. Scheiß negativer Kontakt. 23.12. Soldat Adporter meldet sich. Geräuschkontakt. Cordyceps Infizierte. Zweiter Stadium. Bei ungestürzten Bürogebäude. Unterwegs zur Untersuchung. 23.40. Mehrere Infizierte. Kontakte. Soldat Adporter Schaha Kulditsch vermisst. Angriff im Gebäude. Gebäude Inneren aufgehalten. Erwartung. Erwarte Evakuierung. Ach, das konnte man... Jetzt wurde beim Warten auf Verstärkung erwischt. Andy, das hattest du wohl. Warte mal. Kann ich hier oben noch was machen? Sehr gut. Uh, das ist schon wieder so spannend. Ich gestehe, dass ich jetzt vermutlich nie wieder das 2013er spielen werde. Na ja. Oh Mann. Und das ist jetzt nicht gefährlich. Ja. Oh, guck mal, die Sporen. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck sie. So orten sie dich. Ich verstehe einfach nicht, warum er jetzt auf einmal da keine Spur... Das ist wie mit Abby in... An einer Stelle, wo ich auch dachte, ja klar, und jetzt bist du nicht infiziert. Ja, sicher. Ja, sicher. Na ja. So. Oi, 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 oi. Alles ist total okay. Ja, alles ist total okay, Kleine. Alles ist total okay. Wie immer. Kann ich eigentlich... Nein, schade. Ich hätte gerne Bürogebäude geklatscht. Hilf mir hier mal. Oh, es geht schnell. Oh, ich hab's zu laut. Also, am Kumpfhörer. Bist du okay? Nicht passiert. Und dabei soll er nicht infiziert worden sein. Ist Wahnsinn. Scheiße! Oh, das war heftig. Ellie. Oh, du sagst das. Alkohol. Ein Stein. Ah, ein Gähnen. Hier, verabschied dich. Danke, Bär. Vielen Dank. Warte mal, ist vielleicht hier... Ah, ist schon kaputt. Das ist halt aber ganz schön viel. Weißt du, wisst ihr, wo wir noch gar nicht drin waren? In diesem Menü. Hm. Okay. Da geht's, glaube ich, raus. Ja, kostet mich ein Messer. Aber es lohnt sich immer. Okay. Ich werde auch gleich mal direkt abchecken, ob der Sound jetzt so passt. Ach nein, gib mir den Stein. Übrigens, im Trailer konnte man sehen, ziemlich cool, wie Ellie erst den Stein wirft und dann... Ähm... ...halt beim Rennen auf den Gegnern Stein wirft. Und das sah halt so cool aus. Und ich dachte mir, das ist genau das, was ich einfach niemals hinkriegen werde, weil ich steuerungsunfähig bin. Na ja. Oh. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh, Mann. Da vorne war der Clicker, okay. Das sieht alles neu aus, obwohl es einfach nicht neu ist. Das ist Wahnsinn. Wer mir hier nochmal erklären möchte, dass man keinen Unterschied zum 2013er sieht, der macht das doch als extra, als Troll. Als Clown. Okay, bevor wir hier da hochgehen... Hoppala, machen wir jetzt nochmal einen Cut. Hilf mir da hoch. Nights. Ähm... Nächstes Mal geht's weiter. Durchs Clicker-Paradies. Wir nähern uns dem U-Bahn-Tunnel. Nee, gar nicht mehr. Das war gar kein U-Bahn-Tunnel. Das war einfach nur so ein Underground-Shopping-Ding, ne? Da hat's mich letztes Mal richtig heftig erwischt. Mehrmals. Gut. Also, schaltet gerne nächste Mal mit ein, wenn's heißt, wir müssen mit Joel an Clickern vorbei. Ich habe wieder wahnsinnig Freude an dem Spiel. Und so soll es ja auch sein, nicht wahr? Es sieht einfach fantastisch aus. Hut ab, Naughty Dog, hut ab. Gut. Also, habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!